Das ist Pavel. Er hat einen Aufklärungstrupp der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. Und wie geht es dir, Kumpel? Alles klar? Ja, du bist echt hart. Kein Wunder, dass sie dich zu einem Ranger gemacht haben. Duwawa! 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 Folgen, nicht Stenglider! Duwawa! Security, Platzmacher! Frei! Frei! Das Glück meint es gut mit uns. Unsere Speer haben eine echte Schatzgrube gefunden, den legendären Bunkerkomplex D6. riesige Lager gefüllt mit Vorräten. Dort gibt es Medikamente und genug Konserven, um das Reich für hundert Jahre aufrechtzuerhalten. Und genug Waffen, um die Freaks und genetisch Unreinen vom Antlitz der Erde zu verbachen. Aber den Herr Sturmbachführer! Was wollen Sie? Scheiße! Was? Was ist unverkehrt? Die Flamme, die Flamme, die Waffen ernsthaft und sind getötet? Was zum Teufel... H dich zu! Hichst du Feuer nach Biele, wo wir schlagen? Ach, schon, mehr noch! Schlauhe! Recht! Ich spiel! Verruf! Schlauhe! 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 Reinigung da. Feuer, dich zu schlauhe! Springen! Hör auf zu schlauhe! Geh weg, du misst, schrieg! Schrieg, hier, du! Schrieg, hier, du! Scheiße, bist du ok? Halt, du, ich, Atiom! Halt, du, ich! Halt, du, Miststück! Auf den Boden, auf den Boden, du, Miststück! Ich erhübe mich, nicht schießen! Warte durch, Atiom, warte durch! Nur noch etwas länger weg! Mist, Kerl! Mach sie kalt! Ich seh sie! Da sind sie! Schrieg, du, stopp! Haltet sie auf! Schrieg, jetzt geht's ab hier! Schrieg, du, ich, schrieg! Schrieg, jetzt, ich, schrieg! Untertitelung des ZDF für funk, 2017